ARD Text im Auftrag von Funk Wie war dann das Gefühl, in die Festhalle zu laufen? Ja, das war halt unbeschreiblich. Vor allem, man läuft halt rein, man weiß, man hat es jetzt gleich geschafft. Und dann sieht man hinten die Zeit deutlich, dass es deutlich unter 28 wird, dass es überhaupt kein Problem ist, jetzt die letzten 100 Meter auch ein bisschen mit dem Publikum zu feiern, um eben unter der 28 zu bleiben und das ist dann schon schön.